so hallo und willkommen zurück wir sind jetzt gerade in Norbert Prospect angelangt mit meinen Kinders hier mit meinen kleinen Kinders die Kinders so wie ein Eierruf rufen kann wenn sie nicht sterben da kommt mal meine Kinders hier wir müssen jetzt hier mal gucken ob wir irgendwo klarkommen darum sind mich schon die bösen Buben wieso trockenen Hals aber man muss ja mal einen Kaffee trinken einen Schluck Kaffee so Kinders ich habe einen Plan ich werfe jetzt hier immer die Eier die Eier hier ne und denn denn geht's ab den Bahnen wir uns hier irgendwo wie ich die zwar noch nie wo lang aber geht schon ne so dem werden wir mal los hier da oben sind nämlich schon die ersten bösen Buben die gammeln da schon so rum aber ich krieg die auch nicht abgeschossen oder wir haben noch hier einen Buben beziehungsweise so ne Armbrust ich kann mal die ja schon da weglatzen ja mann da ist das schon der erste Weg und ich bin da diese Woche sehr rein anstellen lohnt wie jetzt nicht drauf da weg ist er so Pistel die kommen die mit ihm die Eier die Eier die Eier die Eier der Böse Buben da hat da ich glaube ich muss er man die Türme hier bisschen gezinniere Na, komm mal, na, komm mal. Die kann's nicht treffen. Ich kann nicht treffen. So. Wollen wir schon mal ein bisschen Ruhe, wenn der Kindersprung kommt. Wahrscheinlich... Da kommt es in der nächsten Leute. Du Hund. und jetzt aber wieder mit auf achten kurz nicht auf das gut da war auch wo drei mann oder so sind glaube ich so wie ich mitbekommen habe nur drei mann okay er ist hier jetzt war es noch zu dritt hier hinterkommuniert die sieke alter wie kommen die darunter wenn der in auf klo muss hohoho schon mal darüber nachgedacht wo mann wo dann sind sie schon wieder mit ihren kniften hallo ups ich ducke mich mal und den Kulinger Fähigkeiten da rennt das schon wieder ein wer feikel wir sneak mal hier durchs Gras hier ah sie sehen die Lines und die Lines das ist scheiße naja komm ja bereit für dich ja naja oh die Zieber lernt schon ah ich die HP so siehste noch eher ein wenig der die so ist so gut wie die wo bisher bei meinen ok naja was soll jetzt die uns alle der Pilo die hier erinnert mich drängeln Nürnberg 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 und Zorn Stolzmann die Kniften da umnötig wenn er die schlechten die Runde gefallen werden So. Oh oh. Hier meine Freunde. Hol sie dir. Ist ein Heli? Shit. Ich muss mal hier, äh, ja. Oh oh, ich hab extrem wenig Papier und keine. Oh shit. Ist nicht gut. Und jetzt weg hier die Hunde. Kinder, es geht mal weg hier. Ja. HP, HP, HP. Sehr gut. Jetzt sind wir ja schon... Oh Alter, wie viel sind wir hier? Alter. Ja, meine Kinder. Ja, meine Kinder. Ja, meine Kinder. Jetzt geht los. Ja. 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 Freunde. So geht das aber nicht hier. Ich brauch mal ein bisschen HP hier. Noch, ne? Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Wo hochs? Nee. Echt hier. Echt hier. Keine Ass. Da oben war grad irgendjemand, der schießt die ganze Zeit. Ich geh mal hier weiter. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Oh, oh. Ist das hier ein Fenster? Da kann man ja eigentlich... Ne? Und so, ne? Hier, Freunde. Oh. Oh, hier ist ein Rocket. Sauber. Na, wo wir mal hier versuchen, den Heli zu dezimieren. Oder was auch immer das... ...sein mag. Na, komm schon. Nein. Na, komm schon. Ehh. Ehh. Scheiße. Ähh. Wenn nicht hier klappt. Kann ich hier rein? Oder muss ich hier den dummen Weg gehen? Ah, wir haben echt eine Rocket haben wir noch. Wo ist der, Mann? Komm her hier, Alter. Verarsch mich nicht. Komm schon, Alter. Du hast da nix mehr, ey. Zwei Raketen schon auf den Sack gekriegt. Ich brauche mal ein bisschen Muni. Also, speziell Raketen. Da kriegen wir Muni weiter. Ja, schießt ruhig. Wir können gleich die Muni weiter. Mal hier. Oben hier. Ich hab Geschenke hier. Mit der P sieht's echt nix aus, ey. Ich durf hier nicht so viel rumeiern. Der P ist mit der Gravi, Alter. Oh, 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 oh. Und mir so ins Ding verbraten. Oh, na, das war ja jetzt sehr geistreich. Alter, Junge, ich seh schon gleich, dass ich hier ins Gras beiß. Das, weil ich mich hier mit tausend anderen Sachen beschäftige. Ja, ich wusste es. Oh Mann, ey. Ich kann doch nicht nur durchraschen hier. Das ist doch scheiße. Oder ich muss hier mit den Eiern. Mit den Eiern rumfabrizieren. Also lass ich den Heli erstmal komplett Heli sein. Und geh einfach so los und mit meinen Lines. So, jetzt sind wir immer wieder am Start. Jetzt haben wir nämlich wieder hier, wieder, wieder fast 10 Minuten zum Fenster rausgeschniffen. So, Freunde. Naja, schieß mal ruhig, Freunde. Ist mir so egal. So, jetzt ist es ruhig hier. So, jetzt ist es ruhig hier. Hallo. Hallo. Ah, der könnte unten durchschießen. In den Sackgeschossen. In den Sack. Nochmal in den Sack. Was ist denn das? Die kommen hier ja nicht her, oder? Hier, Papa ruft euch. Ruft euch. So, der Turm. Mensch. Das Pistol. Oh. Waren da noch welche hier? Oder sind die auch schon stiften, Jan? Die waren auch nur drei, Mann. So, die sind weg. Ja, kommt meine Kinder. Wo kommt die jetzt hin? Kommt hier. Euch? Claro. Ich hab dich hintermissen. Ich hab's schon intact und mir geht's jetzt vertan … Das BratigIR voraus ist nichtterm bezahlen Ah. Das war's. von und einiges jetzt hat die mich wieder so kann ich mich bewegen weiter hier ist meine Heide hier vorne bei den Freunden und zum Beispiel drei Wochen das war ein theoretischer den die Liegemann gescheit treffen runter holen ich will den heli runter holen der eitel ist hier zu viel rum hier schleifen ohne ende geht doch mal weg mann hier geht da dreh mal dreh 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 nein die ging schon wieder in die Hose der hat doch nichts mehr der hat nichts mehr der übel ist auf den Sack da ist eine rocke drin alter das rocke warte mal hier weg du ja das noch eine schöne die hol ich jetzt runter oder das sind ja schon zwei jetzt oh da brauche ich mir nicht wundern hier weiß die Phase warum ich hier ewig brauche wo sind jetzt der qual der qual ja komm alter jawoll so der ist schon mal weg vom Fenster jetzt war er wieder neuer da das ist ja auch total dämlich hier was soll das kommt mein kinder ja hier was ihr könnt kann ich schon lange komm ich hier rein joe alter cool so schön aufladen so weit wie es geht 75 Prozent noch macht der hier sich stelle hier bei der Tür weg hier hier blocken die blühen hier die oben waren noch welche stückchen weiter hinter da da ganz da hinten doch nicht nicht die HE-Hoot da komm scheiße die sind zu weit weg passt da alle bereit 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 nur bereit scheiße die trifft ihm nicht zu spassen scheiße ähm hat die ich muss weg von dem scheiß schild hier das bringt mir ja nicht schild von dem fass ist nicht gut oh hier ist wieder rocket am straten was der schießt sie auf mich da oben wie spaß hier Futter für euch Freunde Oh, 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 oh Ey, ich muss das blöde Fass weg hier Das geht mir übelst auf den Sack Ey, blockt mich doch nicht hier, Mann Freunde, wenn ich hier schön in meinem Kasten Camper. Junge Ich habe die Ebene-Rakete, ja? Freunde Also weg Ich muss jetzt den Heli ausmachen. Wo ist der, Alter? Geh weg! Von hier schießt er. Da ist er. Komm, dreh dich. Jo. Komm schon. Jawoll. So. Nummer 0. Ich muss von den Fässern weg hier, Alter. Guck mal, da ist noch ein Dings, Alter. Ich brauch die Gravy. Gravy. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. So gibt's ja. Doch, jetzt hab ich's noch. Geil. Alter, geht wer... Ey, geht mal weg, bitte. Ich hab euch da da oben so einen Scheiß-Pheromon-Ball hingeschmissen. Geht da attacken. Da. Meine Fresse. Die röhnt sich so gut vor. Ich muss jetzt erstmal hier... Am besten warten, wenn er seine Schleife wieder geflogen hat. Gucken, von wo er kommt. Blödes, der sieht ja an dem Punkt auf. Da ist er. Komm schon, bitte, 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 bitte. Nein! Boah. Ja. Rocket versaut, oder? Ja. Rocket versaut. Danke, Freunde. Ey, verpiste ich mir an mir. Was für ne Scheiße, Mann. Ich hab ja ne ganze Kiste voller Rocket. Naja, jetzt komm. Alter, jetzt holen wir uns. Freunde. Der hebt mich auf den Sack. Und... Was war das denn jetzt? Hat der gerade meine Rocket abgeschossen? Nee. Guck mal hier, wie er rumschlingert. Nix da, Freunde. Der Rocket ist noch hinter dir. Komm, ey. Das sind schon drei Stück. Das gibt's doch gar nicht. So, wir fallen schon bis zum Get-Nome-Ming, Freunde. So, und ihr ja? Papa hat ja Eier, ja? Da müsst ihr mal hier oben, irgendwo da. Und eure Freunde oben tanzen. So. Granny. So gut aus. Ja. Wisst ihr? Jetzt seid ihr da oben. Blöden Viecher. Ich seh ihn auch im Umfeld. So. Ist zwar ganz cool, so ein Pull hinter sich hinterher zu ziehen. Was ist denn das? Achso, ich... Gesundheit oder was? Mini-Gesundheit. Äh, aber ist super nervig hier, wenn du durch Türen musst oder so. So, so wie jetzt hier. Junge, ey. Dann ist das super nervig. Weil die Viecher blocken ja wie die Hölle. So, ich muss ja hier hoch. Gib doch mal weg, Alter. Muss hier hoch, oder? Wir drücken mal wieder Start, ne? Er war wieder hoch. Kacken. Hier brennt es. Und hier jetzt nicht weiter. Und hier ist so ein... ...und 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 hier ist so ein... Nö. Hm. Hm. Guten Tag. Ich glaub wir sind jetzt in diesem Trakt drin. Ja. Wir sind jetzt in diesem Trakt. Was steht da irgendwas mit A3? Da bin ich ja mal gespannt. Dann bin ich ja mal gespannt. Jetzt haben wir 20 Minuten da draußen rumgeeiert. Mit den blöden Helis. Papa muss erst mal die Serrette anstecken. Boah. Ich hab ja hier meine Eier, ne? Aber... Die kommen ja auch nicht hinterher jetzt, ne? Hm. Ist aber schon ein geiles Geräusch irgendwie, oder? Ah, ist irgendwie eklig. Geile Scheiße. So, Pistol am Start. Reload ist. Tür auf. Feuer frei. Schauen wir mal. Lass uns mal überraschen. Ein Knast oder so, wa? Jetzt sieht aus wie so ein Knast hier. Wie ist das so ein Knast? Ja, das sind Knastbrüder hier. Ah ja, das ist ein Knast. Das ist auch weg. Ich glaube, ich packe meine E-Pumpe aus hier. Wie geht's wirklich hier? Kann man hier reinsch... Oh, das ist eine Taschnerbausscheibe. Hm. So. ... So. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Doch, 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 von hier bin ich gekommen. Hier kommen wir ja noch nicht runter. Oder doch? Nee. Pack mal hier mit der Pumpe, glaube ich, raus hier. Pumpe ist, glaube ich, ganz nicht mehr so verkehrt hier. Oh, oh. Okay, ähm, da ist eine Tür. Oh, ein Heizkörper. Ist natürlich nicht schlecht, Alter. Hier, Bäm. Oh. Oh. Oh, wie ein Zahnarzt, oder was? Oh. Immer an die Fasste, dann bricht die ganze Regal zusammen. Oh, nie schlecht. Mein Gott, ey. Ich hab dort irgendwie schon wieder einen Froschenmalz vom Herrn. Hier durch, nein. Tür. Jo. Kann man, man kann eigentlich die Dinger nehmen hier. Aber irgendwie sind die... tot. Nein. Oh, oh. Oh, oh. Stell die mal hin, Alter. Kann man die wieder auf die Beine stellen? Rein theoretisch kann man die Dinger doch... Jetzt ist es über Kopf. Auf die Beine stellen wieder. Nicht mich anschießen. Ja. Jetzt steht das Ding wieder. Und rein theoretisch? Jo. Jo. Müsste Ding hier eigentlich schießen. No. Ups. Wo schießt denn der rauf? Und das Ding da aber? Guck mal da. Da oben diese, äh... Ah, treffen du das Ding immer? Ja, ich weiß nicht, was? Doch. Das ist ja lustig. Kannst bitte Turret durch die Gegend werden hier. Guck mal, da ist noch was, oder? Guck mal, da ist da auch noch so eine Zunge. Muss ich mal kurz abstellen hier? Ich stelle dich mal hier ab. So. Ah, naja. Ach so, ich muss jetzt hier runter und dann muss ich da... ...dass ich mal hier rüber... ...ist natürlich schlecht. Ähm... ...weil ich glaube, die Turret ist mir selber auch nicht gut gesinnt. Hm... ...kann mir da natürlich jetzt mal eine enge Falle stellen. Aber hier schauen wir mal. Wir schauen einfach mal. Ja, das Ding reagiert nämlich schon. Oh, ich lasse das Ding jetzt einfach da stehen. Oh, oh. So nicht, mein Freund. Oh, hier. Ja, das reagiert auf mich auch, das Ding. Da muss ich mir das mit der Gravy grabben. Uh, glitchy, glitchy. Oh, oh. Nicht gut. Ja, den geht tauchen. Fertig. Ach, ist egal. So, wir machen hier mit der Piste. Eins, zwei, drei, vier. Ah. Ah, jetzt sind wir nämlich hier. Hm. Ups. Wo war ich denn jetzt hier? Ich würde da muss länger drücken. Warum ist denn da gerade, äh... Oh, oh, my Chris. Hülle, der Fies. Nee, komm hier. Tucht mir irgendwie panisch rumrennen. Ja, 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 ja. 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 Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Und sagen, das machen wir, so, hier, schöne Kameraeinstellung, ne, so, das machen wir dann nach einem Folgencut, weil wir haben ja schon wieder eine halbe Stunde, alter, junge, 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 ja, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, so, bis dann, beziehungsweise bis morgen, ja, wir sehen uns dann, wieder schauen, rein, ja.